Hallo und herzlich Willkommen bei RedDogGamble.de. Ich spiele heute wieder MechArena und heute ist der 4. Januar und die Spiele am 14. Dezember, also eine Vorproduktion, so wie bis zum 19. immer. Und, weil ich komme erst am 19. wieder, also dann am 19. werde ich auch nicht spielen, weil ich komme erst abends wieder, also dann am 22. wird es mit Free Fire weitergehen. Okay, es geht los, die erste Runde. Okay, renne ich mal hier links lang, setze ich mein Schild da schon mal hin und schieße da einfach drauf los. Erstes Blut. Ah, haben wir hingeblieben. Zweites Blut. Drittes Blut. Haha, ich habe ein Schild. Das kriegt ihr nicht kaputt. Aber ich euch. Hahaha. Schanzfreude ist die schönste Freude, würde ich sagen. Ich habe meinen eigenen abgeschlossen gerade. Hui. Haha. Smackdown, Smackdown. Dem jeweils nur ein. Das trifft nicht. Ich habe kein Zielwasser getrunken. Zack. Down. Hehehe. Die dürfen wir noch keinen mehr haben, oder? Zack. Weg ist er. Und der letzte. Nice. Alle vernichtet. Und das war eher allein, wo ich? Dann spiele ich jetzt eine andere. Da, 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 da. Getrafe, getrafen. Nein, ich runterspring. Oh. Ich wollte eigentlich hochspringen. Yeah. Beim Abspringen wieder zerstört. So, jetzt kommt mein Healer-Mesh. What? Wer war das? Ich musste sich reparieren. Gibt Punkte für mich. Sind denn alle dahinten? Da, dahinten. Warte auf mich. Das hier ist gerade die Helfer-Armee. Was schießt denn da? Da. Da ist der andere. Du darfst nicht leben. Ah, schade. Schade. 4-4, Verlängerung. Der nächste kommt. Oh, das wird auch schnell für den Gegner. Zack. Auch noch in der richtigen Ecke. Mich hingepostet. So. Wo seid ihr da? Ich sage, das wird schwer für euch jetzt. Ich so mit Distanzwaffen. Ist eine gute Kombi. Ich mache eins. An mich. Der erste Runde ist gleich alt gekillt. Boah. Das habe ich auch noch nie gehabt. Das erste Mal. Das erste Mal. Nice. Und dass ich das auch noch aufgenommen habe. Auch heftig. Ich nehme mir eigentlich immer nur auf, wenn ich gerade hier aufnehme. Logisch. Aber ich spiele ja noch viel mehr anstatt nur das, was ich aufnehme. Und ich suche mir nicht einfach die besten Spiele mal raus. Wenn ich gerade aufnehme, dann nehme ich dann auf. Und dann mache ich auch alle gleich zack hintereinander. Manchmal verdrücke ich mich und muss einmal mehr aufnehmen. Aber dass ich sowas schon mal aufgenommen habe, noch nie gesehen. Schön. Dann weiter mit Text. Genau. Piloten anschauen. Und. Du meinst. 24.000 Schaden gemacht. Äh ne, das ist nicht Schaden. Das ist. Was ist das eigentlich? Das sind die Punkte. Und das sind die Unterstützungen. Das sind die Kills. Und das sind. Meine Bewertung. Persönliche Bewertung. Egal. Aber ich war weiter geht's. Mit der zweiten Runde. Viel Spaß. Die zweite Runde. 2 gegen 2. Rojo's Dongul. Ich bin mein stärkst. Du meinst manchmal wieder zum Anfang. Mein stärkste Möcht in den Hangar natürlich mal wieder erwähnen. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Uh. Ja, okay, das ist halt weg. Zack, hab ich dich. Okay, dann nicht. Komm rein, dann nicht. Dann hau ich ab. Oh, oh. Warte, bisschen herkommen. Schild setzen und feuern. Ah, daneben. Ja, ja. Dann lade ich auch mal nach. Ah, weg, keine Scheiße. Okay. Ich bin stärker. Ich bin stärker. Okay. 4-1. Ich nehme mal den hier. Da, 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 da. Da, da, da. Feuer frei. Oh, voll daneben. Alles. Nicht eingetroffen. Ja. Die sind da drin. Was mache ich denn da jetzt? Treffe ich? Oh, ich hab getroffen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feuer. Und? Down is out. Schauen wir mal. Komm schon, komm schon. Und? Ja, der steht nicht unter dem Dingens. Bam. Boom, oder bam. Bam, bam, bam. Rojo Snongul. Du bist down. Und? Er hat sie nicht bewegt. Er kriegt immer so ein Warnsignal. Achtung, es wird auch nicht geschossen. Und dann sind da so Raketen von oben gezeichnet. Rot. Das heißt gefährlich. Oh, ich hab einen getroffen. So, dann. Der ist drunter. Der ist drunter. Der aber nicht. Okay. Nein. Ah. Versagt. 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 Die rennen weg. Kein Problem. 3, 2, 1. Ich gewinne. Oder ich und mein Teammate gewinnt. Wuh. Zwei Ball. Vier Kills, drei Kills. Er hat zwei Unterstützung. Nice. 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 Und dann würde ich mal sagen. Schauen wir uns die Punkte an. 25, 10, minus 35. Und es geht weiter mit der dritten Runde. Viel Spaß. Okay. Ei. Die dritte Runde. Oh, nicht diese Runde. Da kann ich zum Beispiel den mit der Artillerie nicht benutzen. Den auf jeden Fall. Den mit die Fernkampf kann ich auch nicht so gut benutzen. Geht. Aber. Da wollte er auf mich schießen. Okay. Dann bleibe ich hier drunter. kurz gucken. Treffe ich den von hier. Möp. Oh. Falschen Knopf. Scheiße. Oh. Knister Knister. Bist du das? Oder? Ne. Ne. Ah. Der Knistert. Nicht mehr. Er hat geknistert. Und du. Auch weg. Oh. Danke. Danke. Lolo. Oh. Lolo. Oh. Oh. Isch. Woher wusste ich das? 1-0. Okay. Dann werde ich jetzt meinen Healer nehmen. Ich habe gesehen, der spielt den Eilach. Er ist natürlich in anderen. Äh, ich werde Lolo heilen. heilen oh nein das war klar das war klar er kommt mit diesem mensch hat herund den habe ich noch nicht ha ha oh scheiße yeah hoppsa da kommt schon nicht her gestern ich habe das gerade so irgendwie im gefühl dass sowas passiert ich wollte es nicht sagen weil wenn man sagt passiert ist ja meistens ok der ist weg ok das ist auch gut gut job wie kann ich das denn eigentlich sagen warte mal das ist auf der vier wie kann ich dass du noch sagen 1 probiert gleich mal aus Lolo hat gewonnen und ich bin zweiter nice gute Runde ich bin stolz auf dich Lolo ähm jetzt äh war es die dritte Runde ich denke das war jetzt die dritte Runde das war glaube ich die dritte Runde also ja das war die dritte dann sage ich mal ein Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr dabei dabei seid bis dann wünsche euch viel spaß und auf Wiedersehen Ciao Ciao